Schlyröf, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Makeup Display. Und ich habe sicher schon gehört, ich habe Schlyröf gesagt. Und das kommt davon, dass das eigentlich Rüssel auf holländisch ist. Doch so begrüße ich mich immer mit so einem Freund von mir. Und er sagte, ich sollte das doch in meine Displays einbauen und so will ich das jetzt machen. Und ja, da machen wir doch mal weiter. Ich glaube, ich gehe als erstes mein Haus, also ja, ein Haus bauen. Und vielleicht merkt ihr ein paar kleine Änderungen. Ich habe es mal mit der Aufnahme versucht schon. Doch dann hatte ich in den Einstellungen, hatte ich beim Display-Rekorder, habe ich etwas Falsches eingestellt. Und es stockte immer ziemlich stark. Also musste ich es umstellen und ich hoffe, dass es jetzt besser geht. Ich habe natürlich, ich habe, glaube ich, ein paar Bäume gefällt. Doch das Holz habe ich wieder weggeworfen. Ich hatte, glaube ich, 16 Holz. Und das habe ich dann in den Ofen getan und den Rest weggeschmissen. Und ja, dann hoffe ich, dass es so weitergeht. Schaut auch mal. Ich werde wahrscheinlich, also vielleicht habe ich ja schon so ein, so Videos hochgeladen, wo ich neue, so neue Let's-Show-Folgen will ich hochladen. Und das ist einfach eine flache Welt. Und dann baue ich da, verschiedene Sachen drauf. Und die stelle ich dann vor. Also bisher habe ich einfach das Standardhaus, wo ich wahrscheinlich immer mit dem Aufnehmen anfangen werde, gebaut. Und auch habe ich eine Leuchtung gebaut. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn wir ihn ja noch sehen. Und könnt ihr doch mal einen Blick drauf werfen. Aber ich habe eshey. Ach so. Ich habe es schon davon bekommen. Meine. Meine, meine. Meine Axt. Ist kaputt. Ja, ja, ja. Nein. Geh weg! Ja! Jetzt habe ich sogar noch einen Schwachspulver gewonnen. Wir kommen also, dann gehe ich doch mal in die Kiste machen. Ich kann ja nicht mit meinem ganzen Zeugs hier rumlaufen. Wo war jetzt nochmal mein Haus? Ich finde es einfach nicht mehr. Ich sollte es besser kennzeichnen. Ah, da vorne, glaube ich. Bin ich dran vorbeigelaufen. Ja, da ist es. So, nehme ich die, ah, zwei Holzwand schon noch drin. Mache ich noch ein paar Kohle. Nein, ja, nein. Ich sehe, reicht erst mal. Und dann mache ich doch eine Kiste. So. Dann mache ich mir, dann werde ich mir wahrscheinlich noch... eine neue Axt machen. Doch davor beginne ich doch an, beginne ich doch mit der Bahn. Also erst mache ich die Axt und dann beginne ich zur Bahn. Da kann ich auch falsche Blöcke, die ich gesetzt habe, wieder wegnehmen. Ziemlich einfach. Und es wird dunkel. Ich gehe schlafen. Am Anfang will ich noch nicht so viel mit den Monstern zu tun haben. Ach ja, und ich hoffe, diesmal ruft mich meine Mutter nicht. Denn schon im Let's Show von meiner Minecraft-Welt hat mich meine Mutter gerufen. Und in der ersten Let's Play-Folge auch. Ich habe mich natürlich ein wenig aufgeregt. Aber sie kann ja eigentlich nichts dafür. Denn eigentlich darf ich gar nicht aufnehmen. Also aufnehmen schon, aber auf YouTube stellen darf ich nicht. Also darf ich ja auch nicht sagen, dass sie mir die Aufnahme verpatzt hat oder so. Ich glaube, dieser Hang wird das wird Oh, was mache ich? Das wird cool aussehen auf diesem Hang. So, das Holz draufzubauen. Was war jetzt das denn? Okay. Einfach ihn anruieren und weiterbauen. Okay, den Block lasse ich jetzt. Würde auch nichts bringen, wenn ich ihn abbaue. Kann ich jetzt später abbauen und dann einsammeln gehen auch noch. Wäre schon wäre schon kluger. Klüger. Ich denke, da oben im ersten Stock, den mache ich wahrscheinlich ein wenig kleiner. Dann mache ich da doch so ein Panorama-Fenster rein. Wird sicher cool aussehen. So, jetzt ist er noch um die Öcke. Nein. Noch ein wenig weiter nach vorne. So, das reicht wahrscheinlich dann. Oh, Sand brauche ich. Nachher gehe ich wahrscheinlich Sand ähm Farben oder einfach graben. Denn, ja. ich will ja Panorama-Fenster machen. Hier mache ich einfach die Ecken mal, so aufs Stein. Und hinten kann ich ja alles zu machen. Mit Bodenplanks. Und dann noch die Decke, die mache ich wahrscheinlich auch mit Bodenplanks. Oder soll ich sie mit Stein machen? Nein, Bodenplanks. Das sieht sich ja besser aus, denke ich. Wärmer. Sonst sieht das alles so kalt aus. Hab ich immer das Gefühl. Und oben in der Mitte mache ich vielleicht doch auch noch so ein Panorama-Fenster. Wie breit ist das? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Okay, dann mache ich das drei Blöcke. Nach drei Blöcken kommt dann das Fenster. Oh. Okay. Was war das? Eins, zwei, drei. Okay, sechs breit. Dann mache ich das. Zwei. Und ein kleines Fenster wie das. Oh. Jetzt habe ich etwas falsch berechnet. Und tatsächlich noch Erde gepflanzt. So, stimmt das? Ja. Nein. Deshalb habe ich die Axt gemacht. Ah, jetzt habt ihr sicher gemerkt, dass ich eingestellt habe. Zu dem Texturpack habe ich noch selber aufgenommen. Das hier ist mal, wenn ich mich verletze, macht es einfach, also miauht es einfach. Ich hoffe, es gefällt euch oder jedenfalls, es stört euch nicht. Mir gefällt es jedenfalls. Ich finde es lustig. Mal was anderes als das übliche. Öhhh. Das regt mich nämlich mittlerweile auf. So, dann kommt da ein Panoramafenster rein, ja, und da noch eine Tür, ok, mache ich mir doch gerade eine Steinschaufel und dann gehe ich doch in den Sandfarben. Schaufeln, mache ich noch zwei, ah, ich habe das Loch zugetan, das ich vorhin gegraben habe, da muss ich aber noch ein Block rauftun, wenn das so ist, ja, so sieht das nicht zu abnormal aus, aber auch nicht sehr normal. Ist das jetzt, habe ich es vorhin geleert, oder? Nicht. Ich glaube, ich habe nichts reingefüllt, oder? Ich hoffe, es jedenfalls, sonst wäre es jetzt nämlich verschwunden. Ein bisschen Erde behalte ich noch, brauche ich nicht, brauche ich ja auch nicht. Nein, brauche ich eigentlich auch nicht, aber ist jetzt egal. Da brauche ich auch nicht. So, dann gehe ich doch mal ein bisschen Sand holen. Wehe, du sprengst mein Panoramahaus. Du kleines Arschloch. Ha, ha, ha. Ok, oh ja, diesen Block kann ich auch gleich wegnehmen. wegnehmen wahrscheinlich mach ich dann unten dran noch einen Zeitenstock oder so das könnte noch lustig aussehen denke ich und noch eine Spinne sie schaut mich schon so an ich muss sie einfach töten wenn sie mich nicht tötet ja, ich töte sie ok und jetzt wird geschaufelt das finde ich, ich finde es jedenfalls auf dem iPad finde ich recht scheiße dass im Rahmen, im Kreativ, geht das längsamer als wenn man mit einer Schaufel Erde mit einer Steinschaufel Erde oder Sand schaufelt das finde ich echt schade oder etwa nur gleich schnell beim ähm bei einer Diamantenschaufel geht das dann umso schneller und ja, das nervt mich ein wenig ich werde wahrscheinlich die Panoramafenster aus Blöcken machen das sieht dann auch besser aus, obwohl es mehr Sand braucht mehr Glas braucht oder ja Kohle sollte ich vielleicht noch machen wenn ich all dies sonst da ähm zu Glas machen will ich glaube ich kann dann schon noch genug machen mit dem Holz das ich jetzt hier habe das gehe nicht, sonst gehe ich halt noch Holz und abbauen so es wird schon dunkel ich muss wieder gehen oder muss ja, ich gehe besser wie er ich habe nicht Lust am Anfang schon mit den Müssen zu kämpfen auch wenn ich wenn ihr jetzt sicher denkt oh, da ist so ein Angsthals oder so es kalt mich trotzdem an denn dann brauche ich wieder Essen um mein Leben aufzuladen weil ich dann nicht schlafen kann weil dann wieder Tag ist und ich nicht geschlafen habe und dann habe ich wieder einen viel größeren Stress so da sind wir wieder und dann mache ich mir doch gerade ein bisschen Glas ich denke ich mache das Barama Fenster fertig und dann mache ich einen Cut der Ofen sieht einfach geil aus finde ich und wenn dem dass dieser da noch brennt gehe ich doch noch ein bisschen graben ok habe ich genug für eine Steinschaufel ups so was habe ich es gemacht ach dachte schon ich habe ein ob ich es ernst habe ach nein ich glaube ich habe nichts gemacht ich hoffe es ich habe mich auch noch ein bisschen ansonst es ist halt geschehen wie schnell geht das ok ich kann auch ein bisschen graben gehen Oh, 20%. Ich würde den iPod anstecken müssen. Oh, sehr geht's. Was habe ich da gemacht? Ach ja, wegen der Erde geschaut habe ich da. Oh, Kohle. Direkt davor. Direkt dort, wo ich aufgehört habe. Bei Kohle geht das noch, aber sobald es Diamanten sind, dann denkt man schon ein wenig, wow. Und da kommt auch schon die Erde von oben runter. Und cool, das ist eine wenig größere Ader. Ich hasse also nicht, weil ich meine Schaufel hervornehme muss. So, noch da fertig. Recht großes Vorkommen, denke ich mal. Finde ich jetzt. Oh, da ist der noch. Und dann gehe ich das doch noch schnell in den Ofen schmeißen. Es könnte ja sein, dass der Rest nicht reicht. Da kommt noch, oh, 30 waren es. 30 Kohle. Okay, 17 Glas. Das gehe ich doch gleich mal hin. Klatschen. Aber ich denke, das ist das Creeper. Fick dich. Man, ich hasse diese Typen. Man, ich hasse diese Typen. Komm, dann, dass die noch in den Tage... Das ist das, was ich jetzt? So ein Idiot... Ich könnte ihn töten. weshalb habe ich es nicht getan ja so viel hat es auch nicht zerstört aber trotzdem nein was mache ich da das ist halt wieder zeit und ein paar blöcke sind vielleicht auch verloren gegangen dann noch cobblestone und so ok ich denke dieses haus könnte noch schön werden das dachfenster kann ich auch führen mit dem fenster kann ich anfangen ok und ich denke dass ich jetzt langsam aufhören muss ich hoffe es hat euch gefallen dann bis nächste folge tschüss tschüss